Mal ein kleines Päckchen von Amazon erhalten, wie auch jedes Mal. So und was haben wir hier drin? Oh, wundervoll! Hier hätten wir einmal von Revell Build and Play Model Kit Star Wars, wie heißt das? First Order Heavy Assault Walker. Mit Sound und Licht. Hm, habe ich keine Ahnung von, aber dann wollen wir da mal reingucken, wa? Das ist auf jeden Fall ein schön großes Päckchen. Und schwer ist es. Warum ist es so schwer? So, dann gucken wir da mal rein, was da drin ist. Packen wir mal aus. Hier hätten wir schon mal das Käppchen, glaube ich. Oh mein Gott, was ist das? Oh mein Gott, hier sind so viele Teile drin. Hier haben wir zwei Teile, hier haben wir einen Teil. Zack. So, das können wir hier auch schon alles zusammensetzen. So. So, das war es auch schon. Wollen wir mal gucken, wie geht das? First Order Walker. 3 1,5 Volt Batterien. Wollen die mich verarschen? Wer hat denn sowas, bitteschön? Ich habe sowas nicht zur Auge genommen. So, dann gucken wir mal. Nr. 1 ist, äh, okay, okay, jetzt wird es, jetzt wird es verwirrend hier. So, dann haben wir hier Nr. 1 ist diese komische Kanone, wenn ich wüsste, wo sie ist. So, was haben wir denn hier Feines? Oh mein Gott, so viele Teile. Jetzt bin ich vollkommen überfordert. Also, Nr. 6 habe ich schon mal da. Das kann ich schon mal hier zusammen stoppen. Oder? Nö, mir fehlt noch was. Warum? Warum? Mir fehlt noch ein Teil. So viele kleine Teile. Wo ist denn das Richtige? So, als erstes brauche ich diese komische Kanone da. Diese komische Kanone und... Alter, leck mich fett. Ich schmeiß hier einfach alles hin. So, nicht, dass ich was vergesse. Zack. Guck mal, schnippelt das Ding aus. Zack. Hier könnte die Kanone bei sein vielleicht. Oder? Wie sieht denn diese Kanone aus? Das ist sie nicht. Das ist sie. Hier ist sie doch. Okay. Könnte mal ein langes Video werden. So. Jetzt habe ich jetzt gar nicht gerechnet, was hier... Ob ich heute noch was zusammenbauen muss. So. Fertig. Hier haben wir die Kanone. Dann brauchen wir dieses Ding hier. Dann nehmen wir diese Kanone und stecken sie hier hinten irgendwie drauf. Verarschen oder was? So. So. Ja. Sitzdiner 1. So, jetzt sind wir bei 2. Jetzt haben wir dieses Teil und nehmen diesen komischen Geschützturm oder was auch immer. Bam. Da drauf. Jetzt kriegt er zwei seitliche Kanonen da dran. So. Passt das? Egal. Wenn nicht, kann ich sie ja noch aufstecken. So. Zwei Kanonen. Bam. Vier. Hm. Vier. Was brauchen wir denn? Wie sieht dieses Teil aus? Oh Gott. Hier ist ja auch noch was eingepacktes. Ah. Na komm schon. So. Wo auch noch was. Fertig. So. Jetzt fehlt uns. Dieses Teil. Kommt. Hier ran. Sehe ich das richtig? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Wie denn? So. Nö. Verwirrt. Jetzt bin ich verwirrt. Hä? Okay. Aber es sind doch diese Dinger hier. Oder? Okay. 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 Nochmal. So. Kommt es rein. Oder? Ja. Dann so. So. Jetzt kommt hier vorne nochmal irgendwas hin. Aber was? Wo ist es? Wie sieht es aus? Ha. So sieht es aus. Da ist es. Zusammengedrückt. Zack. Dran. Fertig. Sechs. Nummero 7. Jetzt nehmen wir wieder dieses Teil. Und bauen da. Mhm. Dieses Teil drauf. Sehe ich das richtig? Bam. So. Dann nehmen wir Nummer 8. Da haben wir einmal dieses Teil. Und dieses Teil. Zack. Das kommt dann hier rein. Zack. Und dann nehmen wir das. Okay. Das war jetzt verkehrt. Und dann eigentlich hat es verkehrt. Das hat rein gestopft. Was soll denn das? Oh nein. So. Dann haben wir das jetzt auch fertig hier. Glaube ich. 8, 9, 10. Jetzt können wir dabei ja 11. Okay. Jetzt haben wir dieses Gerät hier. Da kommt dann so ein halbrundes Teil durch. Wo es auch immer verschwunden ist. Wo ist es? Ist es. Wo ist es denn? So. Okay. Jetzt weiß ich nicht mehr weiter. Weil ich habe irgendwas verloren. Scheinlich. Auf jeden Fall haben wir dann hier so eins. Glaube ich. Ja. Das ist schon mal für. Da. Aber. Uns fehlt was. Upsalaha. Uns fehlt der Fuß. Ach. Das ist der Fuß. Oh mein Gott. Zack. Da durch. Dann kommt das hier dann. Bäm. Ein Fuß. Oder Bein. Wenn ich schon dabei bin. Kann ich gleich die anderen Beine auch noch fertig machen. Glaube ich. Zack. Zack. Ich hoffe ich war da jetzt nicht zu voreilig. Zwei. So. Was haben wir dann? Genau. Dann haben wir dieses Bein so. Nehmen hier. Den. Zack. Und nehmen so ein Pinökel und stecken den dann durch. Ah. Nicht den. Wahrscheinlich dann den größeren oder? Obwohl ich werde erstmal den kleinen versuchen. Ne. Der kleine geht auf keinen Fall. Also nehmen wir den größeren Pinökel hier. Bäm. Durchgedrückt. Yes. Jetzt. Das gleiche Spiel machen wir natürlich auch mit dem hier. Ist das das Richtige? Oh Mann. Jetzt habe ich aber jetzt. Bin ich glaube ich scheiße gebaut, oder? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Okay. Wir gucken einfach mal. Jetzt habe ich nämlich diesen Pinöpel hier. Mache den hier hinten durch. Hier hinten ran. Bäm. Dafür nehme ich dann glaube ich einen kleinen Pinöpel, oder? Nö. Wieder nicht. Oh mein Gott. Dann nehmen wir halt wieder einen großen. Zack. Den haben wir fertig. So. Ein Bein fertig. Zweite Bein. Zweite Bein habe ich vorbereitet. So. Aber. Ich habe einen Fehler gemacht. Scheiße. So. Jetzt haben wir ein Problem. Jetzt habe ich ihn zusammen gebastelt. Wenn ich so energisch war. Aber ich musste den so rum dran bauen diesmal. So. Jetzt haben wir es glaube ich richtig gemacht. So. Jetzt ist das Beinchen so. Jetzt kriegt er diesen Pinöpel hier dran. Hier außen. Ja. Ja. Den. Ich glaube aber dass der falsch ist. 19. Jetzt muss ich mal kurz gucken. 19. 19. Hm 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 hm. Also. Dieser hier. gehört erstmal nicht da rein die frage ist wie kriege ich ihn wieder raus so also von der logik gehört da leider ein kleiner rein ja gehört auch okay dann kommt er auf die seite dann nehmen wir wieder einen großen hier nee warte mal 19 kommt hier rein und was kommt hier oben rein 20 20 ich stecke erst mal den hier rein scheißegal weil ich könnte auch den da rein stopfen der passt nämlich auch von der größe her so jetzt haben wir sitzen war schon okay das ist jetzt echt ein bisschen bitter was wir hier von der scheiße gebaut haben oder eher gesagt ich verdammt ich habe mir finger gepiezt aber nicht so knapp aber ist nicht schlimm so jetzt ist er hier dran und dann ist der da dran und zucker so so jetzt haben wir das schon mal fertig mit in finger pieksen sogar und bluten ist nicht so will so dann haben wir das dann sind wir hier dann haben wir was ist das denn was ist das denn was ist das denn das ist die verkehrte seite als erstens brauche ich den hier dann brauche ich dann brauche ich das ist er nicht das ist er auch nicht aber wo ist jetzt das teil die 24 brauche ich aber was ist die 24 ich weiß nur gerade nicht was die vier warte ich baue erstmal ich überspringe das einfach mal und baue nein hier mit weiter ach nee das geht nicht weil ich den da brauche okay was ist die 24 jetzt habe ich ein problem weil ich finde sie nicht ich glaube ich habe sie nicht dann muss ich das muss die 24 sein ja das ist auch die 24 oh mein gott so dann brauchen wir hier mal weiter aua aua so die 24 kommt hier rein dann kommt der hier rein bam zack dann kommt der zack hier rein ist das der richtige ja ich denke schon so der kommt hier rein bäm dann brauche ich den hier was keinen sinn ergibt das habe ich jetzt gerade versucht bin ich total verstrahlt dann nehme ich den hier natürlich ergibt mehr sinn so zack zusammen ist er bäm dann kommt der hier dran so da kommt jetzt ein kleiner durch jetzt haben wir auch daraus gelernt langsam so so